Was geht Leute von heute? Willkommen zu einem neuen Match WW2K15 und wir kämpfen hier gegen Naughty vs. Ryback. Das wird ein harter Kampf, aber ich will gewinnen. Also, Concentration und los geht's. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Das war unser erster... Alter, Fäge. Oh, was? Oh, scheiße. Harter Kampf, aber wir können es schaffen. Alter, der Rasse aus, ey. Okay, wir müssen das erste Mal wohl einstecken. Das gibt's doch nicht. Alter, was ist los? Alter Schwede. Okay, hier katzieren wir jetzt gerade erst mal. Jetzt reicht's aber. Komm her. So, jetzt Schluss mit lustig hier. Jetzt bin ich dran. Oh, jetzt wird er. Oh, shit. Nein! So, hier, nimm das. Auf die Beine, komm. Bam! Jawohl, so. Weiter geht's. Oh. Was? Nein! Oh! Okay, Rivehead ist ein harter Gegner. Was? Ach, du Scheiße! Oh! Oh, jetzt reicht's. Steh auf. Was? Oh, das geht so nicht. Ich hatte ihn. Oh! Okay, er ist vielleicht ein Zappen zu stark geworden. Alter! Das geht da. Was? Komm schon. Nordi! So, jetzt ist hier mal. Wir sind dran. So. Bam! Kriss das! Was? Das gibt's doch nicht. Rivek, du dreckiger Alter. So, hier. Bam! So, komm her. So. Schluss mit lustig. Finisher. Zack. Powerpin. Los! Krass! Wir hatten ihn! Wir hatten ihn! Alter, was? Wir hatten ihn! Ohne Witz! Ich hatte ihn! Das gibt's nicht. Alter, Respekt! Geh nochmal beiseite da! Nein! Kommt schon, Nordi! Oh! Nein! Was? Das geht's nicht! Ah! Vaterkampf, Vaterkampf, aber leider verloren, Leute. Schade. Rivek! Rivek! Alter Schwede, Shit! Ja, ich kann mir auch so gegen, wie wir kämpfen wollen. Alles klar, dann nehmen wir... Goidas! Und zum Match. Alter, Rivek, Alter. Krasser Typ. Aber das gibt noch Rache. So, den machen wir schnell platt, denn der hat nix drauf hier. Goidas! Oh, oh! Nein! Oh! Ach, zu spät. Oh, was? So, komm her. So, jetzt kriegst du erstmal hier. So, ordentlich, komm. Zack. Und nochmal rauf, komm. Zack. Zack. Komm her. Bam! Oh, Schluss mit Lustig. Keine Spiecher mehr hier. Ich will jetzt die Dinger reißen hier. Gewinnen. Und wie gesagt, ich fordere immer noch Dave und Tamio raus, falls sie nicht gegen mich gekämpft haben. Aber wenn doch. Ey. Alles gut, aber dann fordere ich sie nochmal heraus. Oh. Nein! Boah, was? Okay, der ist doch nicht so schlecht, wie ich eigentlich da bin. Jetzt reicht's. Ne, 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 mein Freund. Was? Ich hatte ihn doch. Oh, hat er abgedeckt. Aber das können wir auch. Und... Bam! So, gewin. Komm. Und rauf da. Jawoll. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, zu früh. Und noch ein, komm. Sehr schön. Einen noch. Komm. Nee, 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 nee. Jetzt ist Schluss. So. Rauf. Und auf ihn rauf. Komm. Jawoll. So, und pin. Komm. Ach, verdammt. Na, komm mal her. Und. Jawoll. Sehr süß. Sehr schön. Bam. I'm not sure if he knows where he is right now. Ooh, nothing pretty about that. So, hier. Okay, er will nicht aufgeben. Respekt. Und. Jawoll. Und wir breiten den Finisher vor. Jawoll. Der wird sitzen. Bam. So, und Powerpinner. Jawoll. Yes. Schöner Kampf. So, den haben wir fertig gemacht. Ja, der hat gesessen. Sehr schönes Match. So, und jetzt hängen wir noch einen Kampf ran. Ich bin heiß geworden. Einen Kampf haben wir. Alles klar. Ein Tag Team Match wieder. Nordi vs. Tommy Wall. Alles klar. Kein Problem. So, und gleich gar nicht lang fackeln. Noch mehr. Bleiben lieber liegen. Oh, der hat gesessen. Komm hoch. So, hier nimm das und das und zack. Oh, verdammt. Oh. So. Oh. Oh, du schade. Oh, wird kriss wieder. Oh, ah. Oh, ah. Oh, du schade. Komm j'rehkers Manni. Komm. Ah, komm schon krumpstell. Oh. Oh, was? Hättest du mir gerne gehabt, wa? So. Und hier. Kannst selber deine eigene Medizin schlucken. Und das auch noch. Wir gehen an die Beine. Oh, der Sitz. Oh, der Sitz kommt hoch. Finisher machen wir hier. Das ist der Erschung nicht mehr. He's not gonna give up. But man, this has been physical. So. Und Finisher. Bam. Und Pin. Das war's. Gewonnen. Was? Alter, das geht's doch nicht. Okay, alles klar. Spannend. Obwohl er's noch nicht mehr kann. Komm, bleib da noch ein bisschen liegen. Komm. So, das war's. Jetzt aber endgültig. Bam. Und Power-Pin. Yeah. Yeah. Sehr schön. Wir haben wieder gewonnen. Sauber. Wir haben ein paar Highlights hier. Let's check it out. Well, let's take a look at some of those Highlights. Naja, was für'n Sieg, Alter. Geil. Äh, Moment mal. Okay, ich wollte grad sagen, ob der uns jetzt nicht ne Ansage machen will, aber okay. So, hängen wir noch eins ran. Ich hab' gerade von Vicky Guerrero erfahren, wir beide kämpfen gegen Cesaro und Jack Swagger. Ja, also werd' ich wohl doch mit einer noch meine Rache bekommen. Oh, wieder ein Tag-Team-Match gegen... Ah, alles klar. Das Match hatten wir ja schon gewonnen, aber... Dann nochmal. Wend' ich dir. Wend' ich dir. So, ich hab' hier mit einigen noch ein paar Rechnungen auf ihm. So. Wend' ich dir. Komm her. Oh, was? Dieser Dreckige. Werft er mich aus dem Ring? So, hängt er wieder drin, und du wieder raus mit dir. Und er wird wieder rauskennen. Und er geht. Und er geht. Wend' ich dir. Oh, was ich hier? Okay, ich hab' die nächsten Mal. Ich darf mir das nicht. Wend' ich dir. Okay, ich hab' hier. Ich hab hier noch so einiges offen hier. Ich zeig euch gleich mal, wo euer Platz ist. Na, 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 na. Abklatschen ist aber nicht. Oder doch? Komm her. Oh, was? Alles klar. Jetzt bin ich das alles wieder, was ich gerade gemacht hab. Nein! Oh! Nee, nee, nee. Oh, dein Ernst? Komm schon. Nein, zu spät. Komm schon. Nein. Ah, zu früh abgewehrt. Nein. Ah. Okay, muss wechseln. So, rein mit dir. Komm. Mach ihn platt jetzt. Komm. Oh. Oh. Look at him out there, reaching for the tag. He can't wait to get back in the mix. He almost took his head off with that lariat. So, komm her. Was, das hat er abgewehrt? Oh, shit, hat mein Finisher abgewehrt. So, ein Double-Attacke hier. Los geht's. Bam. Los, hau ihn raus. Starts. So, wie das sehen. So, wie das sehen. Oh, komm her. Wechseln, komm. Und schon. Was willst du denn? Was? Was? Alter. Du verdammter. Ah. Oh, heftig. Los, komm schon, helf mir. Oh, das geht's auch nicht. Komm schon. So, rein mit dir, komm. Oh, scheiße. Oh, nein. Komm schon, hau mit dir. Aber gegen Cesaro will ich lieber kämpfen, ey. Der kann nix. Komm schon. Komm hoch jetzt. Heißen. So. Oh, ich bin getät. Ich bin getät. Ich bin getät. Er hat ihn, wie es ist. Kursson 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 Sack raus mit dir du bleibst. Nein! Nicht mit mir Swagger, nicht mit mir Nicht mit mir Swagger, nicht mit mir hier So ist das Ein noch, komm Na, Scheiße Was? Das hat doch abgewehrt. Oh, was? Jawoll. Dann komm mal her. Das ist sauer. Na, na, na. Aber rausgehen willst du doch noch nicht. Nein, das möchtest du noch nicht. Komm. So, jetzt habe ich ihn. Und pin. Ja, gerade so, Alter. Ein schönes Ding. Gewonnen. Alter, Schede. Das war so ein Kampf. Schön abgewährt. Und da. Ja, sauberer Sieg, würde ich mal sagen. Geiles Ding. Alles klar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi. Ciao. Peace. Amen. Doe. 그것 to bein. Wenn du zumindest mal bist. Ich hoffe, es soll ja nicht sehen. Genau. Ich hoffe, es soll.